Hallo und herzlich willkommen im Küchenerde-Podcast. Du bist Gastgeber? Super, dann ist dies genau der richtige Podcast für dich. In diesem Podcast geht es um Digitalisierung, Führen und Finden neuer Mitarbeiter und um nachhaltiges Gastgeben. Mein Name ist Markus Wessel und ich bin digitaler Berater und am Mikrofon dein Gastgeber im Küchenerde-Podcast. Ich helfe dir, die aktuellen Herausforderungen unserer Branche anzugehen, den Spagat zu leisten zwischen Mitarbeiter, Gast und Wirtschaftlichkeit. Und gebe dir Lösungswege und Umsetzungstipps mit an die Hand, damit du mehr Zeit zum Gast geben hast. Herzlich willkommen hier aus Hamburg, aus dem Verschneiden. Genau, herzlich willkommen in Hamburg. Vielen Dank für die Einladung und herzlich willkommen im Küchenerde-Podcast, Alexander. Ich danke dir für die Einladung, Markus. Toll, hier zu sein. Schön, dass ihr hier uns besucht. Dann lässt sich der Internorca in unseren Niederlassungsräumen hier in Hamburg auf der Schamze auf Fleischbrüche. Ja, danke schön. Wir starten direkt mal rein in die Folge. Also heute hier Instagram-Live, Küchenerde-Live-Podcast und das erste Mal in Hamburg. Und wir haben eine traumhafte Kulisse draußen. Ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber ich schieße euch gleich mal ein Foto. Und ich würde sagen, ich komme einmal direkt zum Punkt, damit ihr wisst, was habt ihr in dieser Folge zu erwarten und worüber sprechen wir beide heute. Internorca. Dies ist ein Live-Podcast und der ist aufgeteilt in zwei Teile. Und zwar erstens geht es darum, da sprechen wir über das Thema digitales Recruiting. Wie machst du es mit Aveto, Mitarbeiter über die digitalen Kanäle zu gewinnen. Ja, weil wir haben uns unterhalten und ich habe gesehen, ihr macht schon ganz viele tolle Sachen. Und ich glaube, dass wir in der Gastronomie, dass wir da uns einige Sachen von abgucken können. Dass wir die für uns in der Speisen geprägten Gastronomie implementieren können. Und das zweite, also das ist das erste. Und das zweite ist digitale Lösung und damit arbeitet ihr lecker AI. Und das ist sozusagen, könnt ihr euch vorstellen, wie der digitale Sous-Chef, kann man so sagen, der dann die Produktion mit überwacht und alle Kennzahlen im Blick hat und diesen ganzen Prozess mit im Blick hat. Und ja, ist für mich, finde ich, einen mega Mehrwert und eine mega Erleichterung für alle, die das Thema Catering und Produktionsköche irgendwie auf dem Zettel haben. Genau, oder vielleicht noch händisch machen. Ja, und das Wichtigste an diesem Podcast bist du, lieber Alexander. Du bist mein Gast heute, Alexander, Geschäftsführer und der Gesellschafter von Aveto Catering. Ja. Herzlich Willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Toll. Toll, hier zu sein. Und vielleicht ein erstes Wort zur Kulisse nochmal. Ich bin von der Austern-Alster hier auf dem Fleischgroßmarkt gelaufen und es war der schönste Winterspaziergang dieses Jahres. Hätte ich nicht gedacht als Schweizer, dass man den in Hamburg macht. Tatsächlich habe ich auch das erste Mal seit langem wieder Schnee gesehen. Ich komme ja aus Köln und in Köln kennen wir ja sowas nicht. Wenn da eine Schneeflocke fällt, dann können auf einmal alle nicht mehr Auto fahren. Das funktioniert gar nicht mehr. Und hier war das traumhaft. Gestern Abend hat es angefangen zu schneien und das war eine traumhafte Kulisse. Gestern Abend und heute Morgen auch. Ja. Schicki. Also ein toller Start in den Tag. Ja, toll. Schön für alle, die nicht in der Messe drin stehen jetzt. Zehn Stunden. Ja, wir gehen ja gleich noch nicht zu spazieren. Ja, was hast du denn auf der Internorga selbst noch irgendwie was geplant? Die Tage? Also wir sind vom Avito-Team natürlich auf der Internorga vertreten, aber das ist mehr so unser Head of Culinary, die Jen Pilon und dann die Operations Guys, die sind da natürlich da und lassen sich inspirieren, schauen sich die ganzen Sachen an. Ist ja toll, dass es auch endlich wieder mal stattfindet. Pandemie bedingt war das ja jetzt weg und das ist eine ganz, ganz tolle Messe. Ja, ich habe das letztes Jahr, habe ich mir zu wenig Zeit genommen. Ich war zwei Tage dort und habe gar nicht alles so auskosten können und ich habe die ganzen Impulse gar nicht mitnehmen können. Ich war glaube ich nur in zwei Hallen unterwegs, also ich habe es echt nicht geschafft. Deswegen habe ich mir dieses Jahr gesagt, okay, machst du direkt die kompletten vier, fünf Tage und ja, deswegen freue ich mich jetzt auf vier, fünf Tage in Internorga. Ja, steigen wir mal mit der Masterfrage überhaupt ein. Nein, wie schaffen wir es als Gastgeber, Gastgeberinnen, Mitarbeiter wieder in unsere Branche zu bekommen, Mitarbeiter für uns zu begeistern, dass wir wieder mehr werden. Was meinst du? Ja, ich glaube, da muss man einen Bogen ein bisschen breiter und ein bisschen länger spannen. Es war ja so, in der Corona hatte unsere Branche ja Berufsverbot und Berufsverbot, das gibt natürlich so ein Stigma. Viele sind geflüchtet, die waren in der Cocktailbar und sind dann plötzlich im Logistikcenter gewesen, haben da natürlich ein anderes Arbeiten, haben sicherlich viele Sachen, die sie vermissen. Aber dieses Stigma, das die Gastronomie hat, das müssen wir halt wegkriegen. Und da ist Social Media natürlich sehr, sehr gut. Also wir müssen wirklich versuchen, gemeinsam als Branche unsere Branche wieder attraktiv zu machen. Und es ist eine tolle Branche, es ist eine attraktive Branche, wo aufgeweckte, talentierte Menschen sicherlich auch einen tollen Lebensweg und einen tollen Berufsweg machen können. Das ist das eine. Und natürlich, die Arbeitgeber müssen selber auch erstmal diese Arbeitgebermarke versuchen, fassbar zu machen. Und das ist natürlich etwas, das kann man nicht mit Plakaten, das kann man nicht mit langen reden. Da ist Social Media optimal. Weil da kann man sehr, sehr gut darstellen, wie ist denn der Alltag? Wie arbeiten denn die Leute? Wie sind die Kollegen? Man kann Personen vorstellen. Also man kann diesen Begriff wirklich Menschen lassen, diesen Betrieb nahe bringen. Und dann natürlich dieses Teilen von Freunden zu Freunden hat man eine ganz andere Credibility nochmal. Wenn ein Freund sagt, er liked irgendwas, dann liked es der Nächste. Also so kommt man dazu, wieder ein positives Arbeitgeber-Image zu kreieren. Und das ist, glaube ich, dann der Einstieg in das Thema. Man sollte nicht einfach plakativ, jetzt würde ich sagen, irgendwelche Inserate dort einstellen, die man verlinkt und die man klicken kann. Sondern wirklich mit der Marke anfangen, für was der Betrieb steht und wie es da drin aussieht und wie das Teamwork ist und wer eigentlich die Menschen sind. Weil wir wollen ja eigentlich alle irgendwie nicht zu Betrieben arbeiten gehen, sondern zu Menschen. Sagst du einen ganz wichtigen Punkt. Und das Thema, oder dieses Wort Arbeitgebermarke, das schwirrt ja immer öfters, das wird immer präsenter, dieses Wort. Und dann höre ich immer viele, ja, wir müssen jetzt erstmal unsere Arbeitgebermarke aufbauen. Das ist ein Mega-Bullshit. Man kann keine Arbeitgebermarke aufbauen. Ich hatte gestern noch ein interessantes Gespräch dazu. Sondern so eine Arbeitgebermarke, die wird gelebt und die entwickelt sich durch die Menschen, die da arbeiten, wie man zusammenarbeitet, wie man miteinander umgeht. Daraus entwickelt sich eine Arbeitgebermarke. Wenn man es so Arbeitgeberidentität würde ich es eher nennen. Und ums mal ein kleines Beispiel dazu. Das war nicht mega, das Beispiel. Ist nicht von mir, aber das war wirklich mega. Weil wir wissen, wenn man jetzt über das Thema Arbeitgeberidentität spricht, dann wissen wir oftmals nicht, was ist unsere Identität. Und das kann man sich so vorstellen wie früher. Wir versetzen uns mal zurück. Wir sind alle noch wieder 14, 14, 13, 14 in der Pubertät. Wir gehen auf unsere erste richtige Party und wissen mit uns selbst noch nicht so richtig anzufangen und sind auf dieser Party, sind schlendern ein bisschen rum, sind vielleicht ein bisschen unsicher und weder Fisch noch Fleisch. Und wenn wir selber nicht wissen, vielleicht ein bisschen unzufrieden mit uns sind, wie das in der Pubertät so ist und nicht wissen, was wir so gerne machen, dann sprechen wir auch keine Leute an bzw. kommen nicht ins Gespräch. Da entwickelt sich keine Basis. Aber wenn wir auf diese Party gehen und schon wissen, ich gehe gerne Skifahren, ich höre die Musik gerne, ich mache das gerne, dann kommt man auch ins Gespräch mit den Leuten, dann hat man eine Identität. Und dann, ja, vielleicht geht dann auf der Party auch noch mehr. Also das ist ein ganz, ganz tolles Beispiel, finde ich. Identität. Ja, absolut. Absolut. Ganz, ganz wichtig. Jetzt auch für diese Generation Z, wie man sie ja nennt, die ja jetzt anfängt zu arbeiten bei uns. Die wollen nicht 14 Stunden Schuften pro Tag und ein Haus abzahlen irgendwo auf dem Land. Die haben einen wahnsinnigen Hunger nach Sinnstiftung, nach Identität. Wir haben so Erfolgsfaktoren kristallisiert, die wir das nennen. Das ist so ein bisschen wertebasiertes Marketing, wie du sagst. Das ist nicht einfach ein Logo oder irgendwie ein Claim oder irgendwie ein Spruch, sondern es ist gelebter Alltag. Und für uns gehören da verschiedene Faktoren dazu, die ich euch vielleicht gerne mit euch so ein bisschen teilen würde. Das eine ist natürlich, man muss die Leute das machen lassen, was sie gut können und woran sie Spaß haben. Ja, das klingt völlig selbstverständlich, aber es ist oft so, dass man ja die Menschen dann in Stellen reinbiegt, was schon für dieses lebhafte Betriebsleben dann nicht richtig funktioniert. Das Zweite, was zur Arbeitgebermarke extrem wichtig ist, sind die Vorgesetzten, also die direkten Vorgesetzten. Wir versuchen, die direkten Vorgesetzten, die Leute führen, wirklich auch immer zu coachen, auch mit externem Coaching. Weil führen ist nicht einfach. Und das ist einfach der direkte Anknüpfungspunkt. Die Arbeitgebermarke ist halt zum großen Teil der Chef. Also ganz, ganz wichtig, diese Vorgesetzten. Und dann eben die Sinnstiftung. Ich meine, wir arbeiten schon auch wegen Geld, klar, aber wir wollen Sinn haben, Sinn im Tun. Bei Avidu ist es wie folgt, also wir haben so einen wertebasierten Kanon gemeinsam auch erarbeitet, wo wir uns gefragt haben, was ist denn eigentlich die Klammer, was ist der Sinn? Und da haben wir uns gefragt, was glauben wir denn eigentlich alle? Und das müssen und glauben auch alle Mitarbeiter bei Avidu. Und wenn du das nicht glaubst, könntest du gar nie bei Avidu anfangen. Das ist, wir glauben, in jedem Menschen steckt ein guter Gastgeber. Und dieser Glaube, wenn du den nicht hast, dann passt du nicht in diese Kultur rein. Dann fragt man sich natürlich, wenn man diesen Glauben hat, was ist denn unsere Rolle? Unsere Rolle ist, die helfende Hand im Hintergrund zu sein. Die helfende Hand im Hintergrund impliziert auch wieder ganz klar, was für Personen im Recruiting eigentlich zu dir passen. Das sind also eher Leute, die die anderen glänzen lassen wollen. Das ist eher dieser Caregiver-Aspekt und das ist jetzt nicht irgendwie der super-narzisstische Rockstar. Und dann, wenn wir wissen, woran wir glauben und was unsere Rolle ist, fragen wir uns, wie wollen wir die ausfüllen? Und die wollen wir ausfüllen, indem wir innovativ sind, menschlich und leistungsfähig. Und das sind die Sachen, wo sich dann Mitarbeiter, wenn sie zu uns kommen, wenn sie was über uns erfahren, wirklich in diesem Wertegerüst wirklich wiederfinden können. Und das macht sehr, sehr viel in Bezug auf Arbeitgebermarke aus. Es gibt weitere Sachen, dann irgendwie ein Stück weit vielleicht nachgelagert. Natürlich, Arbeitgebermarke ist auch immer was Tolles, wenn das auf Team-Ebene funktioniert. Das heißt, wenn du Teamziele hast, wenn du wirklich Team ziehst, also wenn du versuchst, dieses große, abstrakte Logo in einzelne gewissermaßen Rudel oder einzelne Mannschaften ein bisschen aufzuteilen. Dann gehört für mich ganz klar dazu, also ganz, ganz wichtig, dass du ein angstfreies Unternehmen bist. Das heißt, dass die Mitarbeiter die Möglichkeit haben, Feedback zu geben, Teilhabe zu haben. Dafür musst du halt informelle und formelle Kanäle, analoge und digitale Kanäle irgendwie schaffen, dass so eine Feedback-Kultur möglich ist. Und extrem wichtig, was wir bei Avito jetzt ganz stark forcieren, natürlich Learning. Man sieht das ja auch bei den grossen systemgastronomischen Ketten, die diese E-Learning-Programme haben. Wo die Mitarbeiter schon im Onboarding etwas über die Firma erfahren, über die Kultur, wissen, wie sieht das Management-Board aus, wie viele Filialen gibt es, einfach so Fun-Facts haben, aber auch lernen. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil nur wenn ein Mitarbeiter halt einen Wissensstand hat, dann ist er auf Augenhöhe mit Gast und Kollege und wenn er den nicht hat, dann entsteht das auch nicht. Und vielleicht last but not least hatten wir jetzt eingeführt letztes Jahr unser Programm Do Not Worry, Work Happy. Und zwar haben wir dann versucht, gewagt, dass wir diese verschiedenen Positionen immer mit einem Arbeitsmodell ausstatten. Das nennen wir Work Hard, Play Hard. Das ist auf 40 Stunden mit fünf Wochen Urlaub. Und der Mitarbeiter kann dann je nach Situation, privat, wie auch immer, kann dieses Arbeitsmodell flexibilisieren in der Zeit bis runter auf 20 Stunden die Woche und im Urlaub erhöhen. Und es werden immer proportional, wird das Gehalt entsprechend angepasst. Also er kann wirklich navigieren in dieser Welt. Also das sind ein paar Faktoren, die ich denke, die für die Mitarbeitergewinnung wichtig sind schon, weil wie du sagst, die Arbeitgebermarke ist nicht ein Claim, ist nicht ein Spruch, sondern ist etwas, was lebt und was man erfahren muss. Es ist ja so, dass insgesamt neun von zehn Mitarbeitern gehen wegen der direkten Führungskraft, wegen dem direkten Vorgesetzten ist es so. Und beim Onboarding auch nochmal ganz spannend, wenn man so ein Tool hat, so E-Learning, Videos, Kommunikation während des Einstellungsprozesses. Der Mitarbeiter hatte noch nicht seinen ersten Arbeitstag und hat aber schon seinen Arbeitsvertrag unterschrieben und da vergeht ja eine Spanne. Und wenn man den dann schon einklingt in so ein System, ob es dann halt irgendwie Videos ist oder so ein E-Learning-Programm, dann sollte man dort auch wirklich mit einbinden, wo ist der Parkplatz, wie komme ich vom Parkplatz, so ein kurzes Video, wie komme ich dann mit dem Fahrstuhl direkt da rein. Das nimmt ja dann auch bei dem einen oder anderen Unsicherheiten. So ein erster Arbeitstag ist ja dann auch immer sehr spannend. Und wenn ich das alles schon mal weiß, weiß, welche Leute mit mir da arbeiten, dass ich einmal so mit der Kamera komplett durch den Betrieb gehe, das sind Sachen, die machen es halt einfacher und die schaffen Commitment dann für Mitarbeiter und Arbeitgeber. Das sind total tolle Sachen, Markus, weil wir wissen selber ganz genau, oft und früher war es so, dass man gar nicht weiß, wann der Neue kommt. Dann hat man einen riesen Stress im Betrieb, alle sind im Rumwuseln, plötzlich steht da ein Neuer. Und dann sagt man, Mensch, jetzt habe ich doch gar keine Zeit für den Neuen. Das erkläre ich dem jetzt nicht, wir sind gerade im Stress, trink mal einen Kaffee. Und unter Umständen ist der Neue, man hat ja nur einen ersten Tag in jedem Betrieb, weil dieser erste Tag halt echt schlichtig schlecht. Erstens, was denkt dieser Mensch, dieser Mensch, der uns dann mit unterstützen soll, der auch für sich da irgendwo seine Zukunft sieht, was denkt der zum einen? Und vorher, das ist das Irrsinnige daran, habe ich so viel Arbeit in diesen Prozess gesteckt, Posts gemacht, Reels gemacht, Stellenanzeigen geschaltet, vielleicht noch Ads geschaltet, damit dieser Mitarbeiter zu mir kommt. Bewerbungsgespräch eins, vielleicht zwei, Videocall, Job, hier so ein Probearbeiten, Hospitation vielleicht noch. Also viel Energie vorher und dann checke ich nicht, wann der kommt, das ist eine Katastrophe. Nee. Überhaupt. Okay, wir haben gerade auch über Identität gesprochen. Einmal der 13-Jährige, der da auf die Party kommt und nicht mit sich anzufangen weiß. Ich habe jetzt rausgehört und das sehe ich auch auf euren Kanälen, ihr habt eine Identität. Mit Aveto habt ihr eine Identität, ihr wisst, wofür ihr steht. Die ganzen Maßnahmen, ihr habt ja sehr, sehr viele Maßnahmen. Wer da sich vielleicht ein bisschen inspirieren lassen möchte, egal ob jetzt auf Instagram oder später auf dem Podcast oder bei YouTube, mein Gott, sind wir auf vielen Kanälen unterwegs, der schaut einfach mal bei Alexander, bei Aveto Catering auf der Webseite, auf den sozialen Kanälen, weil ich glaube, da kann man sich sehr, sehr viele Inspirationen aussuchen in der Kommunikation, nicht speziell zum Gast, also auch speziell auch zum Gast, aber eher zum Kandidaten. Ich glaube, da sind viele Impulse mit bei, wo man sich was mitnehmen kann. Also schaut mal die ganzen, stalkt den Alexander einfach mal. Ja, absolut. Also ihr könnt euch ja, ich habe auch ein LinkedIn-Profil, da kann man sich mit mir vernetzen, auch Fragen stellen, auch im Nachgang zu dem Podcast natürlich. Es sind wir da sehr offen. Also bei Aveto pflegen wir eher sehr ein partnerschaftliches Verhältnis. Wir teilen alles sehr gerne, weil immer, wenn man mit Menschen Wissen teilt, kann man auch tolle Sachen aufschnappen. Das ist viel, viel besser. Und ich glaube, so hat sich unsere Branche auch ein bisschen gewandelt, postpandemisch, dass wir mehr teilen, dass wir mehr kooperieren. Das ist auch ein Teil von unserer Marke. Früher hat man immer gesagt, oh, im Catering, der Gastgeber darf ja nicht merken, dass die Servicekraft fremdbestellt ist und der Muffin nicht aus eigener Patisserie kommt. Heutzutage muss man so Sachen gar nicht mehr so im Detail erklären, sondern geht offen wirklich in kooperativen Einheiten um. Und das ist ein sehr, sehr schöner Zustand in der Gastronomie, der uns nach diesen wirklich nervzährenden Monaten oder schon fast Jahren wirklich auch gut tut. Und ich glaube, das wird bleiben. Und das ist der Schaden, der die Pandemie angerichtet hat, hat hier auch schon wieder was Gutes dann gezeigt. Ja, also ich glaube, das war in vielen Dingen einfach ein Katalysator. Und wenn wir jetzt noch fünf Jahre weiterdenken und den ganzen Schmerz nicht mehr so präsent haben, werden wir sagen, okay, das war gut. Das war als Ergebnis auch ganz gut. Und das war auch ganz gut. Also diese Transparenz, die wir jetzt eher haben, wo wir früher dachten, nee, auf jeden Fall in keinster Weise transparent. Diese Kooperation, die wir haben, dieses Austauschen. Und ich glaube, das bringt uns schon ganz gut nach vorne. Und das spürt man auch jetzt in den letzten ein, zwei Jahren, dass das tatsächlich so ist oder ein, zwei, drei Jahren. Ja, Markus, da kann man ja fast Sarkasmus ist ja eigentlich blöd. Man sollte ja nicht ironisch sein oder so. Das ist eigentlich ein Killer von Unternehmenskulturen, aber man kann ja sagen, wir hatten so wenig zu kochen, da hatten wir echt Zeit, über Digitalisierung nachzudenken. Ja, Gott sei Dank, Mensch. Aber weißt du, was da nicht gut war? Es haben dann tatsächlich viele gemacht, haben über Digitalisierung nachgedacht und haben auch so ein bisschen so eine Art Torschusspanik entwickelt und haben gesagt, okay, jetzt habe ich Zeit. Ich habe nie wieder in meinem ganzen Leben diese Zeit, die ich jetzt habe. Digitalisierung hilft mir, habe ich verstanden. Aber was digitalisiere ich denn jetzt? Okay, das mache ich, umsetzen, alles klar. Wir sind auch gute Umsetzer. Aber dann haben wir, und das habe ich von vielen Kunden wiedergespiegelt gekriegt, die erst später zu mir gekommen sind, haben das Falsche digitalisiert. Und dann, ja, kam natürlich der Frust, oh, das ist viel zu teuer oder das kann viel zu wenig, das kann viel zu viel, das brauche ich alles gar nicht. Einfach nicht das Richtige ausgesucht. Das Falsche umgesetzt und dann entsteht Frust und dann oft gehört, ah, bleibt mir weg mit dem Digitalisierung, brauche ich nicht, ist nur Käse. Also, das war auch nicht so clever manchmal. Ja, kann ich nachvollziehen. Ich meine, es gab ja diese Fördertöpfe dann auch und diese Superprämien und dann musste man die ausgeben und dann hat man sich oft dann vielleicht nicht so eine ganzheitliche Lösung gesucht oder eine, die nicht richtig passt. Und Digitalisierung ist ja auch nicht einfach Steckereien und dann ist die Welt eine andere. Digitalisierung ist ja auch sehr mühsam, weil man sie ja wirklich dann auch im operativen Prozess abbilden muss. Und entweder ist man 100% digital irgendwie, dann funktioniert das hintenrum. So ein bisschen digital geht nicht so richtig, so ein bisschen schwanger geht auch nicht. Wenn man das alles nur halb pflegt, Rezepte, Kundendaten etc., dann kommt da auch nichts Gescheites raus. Eine Frage noch zur Mitarbeitergewinnung, weil oft ist es ja so, wenn man jetzt diese ganze Kommunikation, Identität auf den digitalen Kanälen nach außen spielt, bei euch die Karriere-Page ist auch mega. Also auch, wer noch keine Karriere-Page hat und darüber nachdenkt, sowas sich anzulegen, aufzubauen, dann schaut auch mal, weil das ist auch, mit wenigen Klicks kriege ich da, komme ich da bis zur Bewerbung. Also ist auch niederschwellig. Aber jetzt verhaspel ich mich so ein bisschen. Ich wollte eigentlich in die Richtung, wenn man das jetzt alles schon richtig macht und gut macht, wie macht ihr das dann, wenn ihr fünf Kandidaten habt, wo ihr sagt, okay, schauen wir uns mal genauer an, wie wählt ihr dann Mr. oder Mrs. Right aus, dass ihr wisst, passt genau hierhin? Ja, das ist ein tolles Stichwort gesagt, diese Niederschwelligkeit führt natürlich dazu, dass du auch ganz viele Jux-Bewerbungen hast. Weil wenn ich einfach nur klicken muss, da klickt man halt mal schnell auf dem Sofa beim Chip das Essen und Krimi gucken, aber die geht man dann an und die melden sich gar nicht mehr. Also da hat man wirklich auch, je niederschwelliger das ist, desto weniger seriös ist natürlich der Bewerbungspool. Wie machen wir es dann? Das ist natürlich unterschiedlich. Wenn du jetzt dich bewirbst auf Vertriebsstellen oder auf Office-Stellen, funktioniert das eigentlich so, dass man dann anschließend mal als erstes, das ist auch Post-Corona super, keiner muss irgendwo hingehen, man macht einen Teams-Call. Und in diesem Teams-Call kann man den schon mal kennenlernen, das macht man so 15, 20 Minuten Kennenlerngespräch. Und wenn dann beide eigentlich sagen, ja das geht in die richtige Richtung, dann macht man gewissermassen erst dann ein Gespräch in der Firma selber, wo man die Firma auch ein bisschen zeigt, die Firma ein bisschen erklärt. Wenn das dann gut funktioniert, macht man eigentlich in diesen Sales-Jobs und in den Office-Jobs meistens machen wir das ein Assessment-Center. Das ist uns mega wichtig, dass man, das klingt jetzt auch gehobener als es ist, man tut einfach aus dem Alltag drei, vier Fragestellungen, Kandidaten stellen, erarbeitet die, es gibt jetzt nicht ein richtig oder falsch, ja das machen wir dann meistens fort und dann tut man die Lösung so ein bisschen besprechen, um zu gucken, ob man gemeinsam irgendwie zusammenarbeiten kann und weiterkommt und das gibt den Kandidaten auch nochmal ein gutes Gefühl, wo sie eigentlich sieht und wie dort das Team ist. Im Küchenbereich haben wir natürlich auch viele Stellen besetzt, die jetzt nicht Fachkräfte sind, also die helfende Hände sind, motivierte Küchenhilfen und so weiter, die haben diese technischen Möglichkeiten oft nicht, also da macht man eigentlich meistens Klassik wie früher Schnuppertag. Ihr habt ja 2017, habt ihr die Auszeichnung Caterer des Jahres gewonnen und was hat sich so in der Zeit, das sind jetzt sechs Jahre, knapp sechs Jahre, was hat sich in der Zeit alles so verändert, wie war so der Weg bis heute? Ja, to make a, wie sagt man, long story short, also wir hatten ja schon immer als Caterer sehr einen systemgastronomischen Ansatz und Systemgastronomie, es schreit natürlich nach Automatisierung, ist sehr nah an der Digitalisierung und da gab es ja immer sehr, sehr viel Digitalisierung im Bereich Customer Service schon, im Bereich Marketing, Billing, Rechnungswesen, das war eigentlich recht gut abgedeckt, aber irgendwie war da dann dieses Loch zwischen, es kommt der Bon rein, dann kommt etwas, das nennt sich Küche, da regiert der Spickzettel, das Klemmbrett und der Schmierzettel und dann kommt plötzlich wieder der Pass und das war so ein weißer Fleck und dann haben wir, da wir einfach nichts gefunden haben zu kaufen, haben wir angefangen mit eigenen Programmierern, das waren am Schluss dann vier Programmierer sogar, wirklich Software zu programmieren vom Koch zum Koch, also vom Gastronom zum Gastronom, indem wir unsere alltäglichen Probleme standardisiert haben und dann ein Stück weit digitalisiert haben und dann haben wir bei der Catering-Site da diesen Bogen ausgefüllt, haben so ein paar Folien dazu geschickt und das Ding tatsächlich gewonnen und da waren wir natürlich mega happy und wir waren auch natürlich dann umringt von Gastronomen, die gesagt haben, Mensch ey, wir wollen das Ding auch haben, gebt uns das. Das hat uns natürlich geschmeichelt, wir haben dann auch überlegt, ja können wir das und dann schnell festgestellt, nee, wir sind eine Catering-Firma, keine Software-Firma, also können wir euch das gar nicht geben und sind dann auf die Idee gekommen, ja gut, ihr könnt die Software schon haben, aber halt dann im Rahmen unseres Geschäftsmodells und da ist Avito Plug & Play entstanden. Avito Plug & Play ist unser Partner-Konzept, wo wir mit Gastronomen, die technische Infrastruktur haben, also eine Küche und Personal eigentlich zusammen Business-Catering machen. Das funktioniert so, der Gastronom kocht und liefert. Wir als Avito stellen, also tun den Auftrag generieren über AdWords etc., machen die ganze Catering-Beratung und machen das Billing am Schluss zum Kunden. Das heisst, der Gastronoms-Part vom Gastronom ist kochen und liefern, dafür kriegt er von der Gesamtauftragssumme etwa 80% und damit er das kann und das vernetzt ist, damit das gelingsicher geht, ist eben die Software so wichtig. Aber die war dann gefüllt halt mit dem Avito-Laugen-Knoten und die war gefüllt mit dem Avito-Russ. Die Thaler, also die war wirklich unsere Software, die dann einfach andere nutzen. Das haben wir sehr, sehr erfolgreich praktiziert. Sind wir auch momentan, Corona natürlich, dann hat man einen großen Rückfall. Das kam ja dann gleich danach. Aber jetzt wieder cool im Aufbauen. Und in Corona, wir hatten ja gewitzelt, man hatte viel Zeit zum Digitalisieren. Auch wir hatten dann viel Zeit zu Digitalisieren. Da haben wir dann gesagt, weil diese Partner gesagt haben, wir haben jetzt dieses Kitchen, wie das damals hieß, also diese Avito-Software, wir würden die einfach auch gerne nutzen, nicht nur jetzt um Avito zu kochen, sondern für unsere ganzen anderen Aktivitäten. Und das war die Geburtsstunde, du hast es angesprochen, von Leckerei. Und Leckerei war dann die Programmierung, dass diese Software, also Service gewissermaßen, auch für Dritte nutzbar ist, die sie mit ihren eigenen Rezepten bestibilen, die sie mit ihren ganz eigenen Prozessen bestibilen. Völlig losgelöst von dem Avito-Konzept. Genau. Vorher war es ganz streng. Es gibt die und die Posten, da sind die und die Rezepte drin. Und das haben wir gemacht. Und der Benefit da ist, du kannst ganz, ganz einfach ein paar Rezepte in dieses System reinspielen. Und als ersten Benefit hast du schon gewissermassen, dass alle Produkte dann online verkaufbar sind. Also es ist ein Online-Shop mit dabei, so ein E-Commerce-Tool und ein Logistik-Tool. Das heißt, du wirst wirklich, abgesehen von dem, dass du deinen Küchenalltag besser strukturieren, besser managen kannst, kannst du auch online verkaufen und du kannst auch diesen ganzen Lieferbereich im Griff haben. Also wo wird wann was hingeliefert und abgeholt, Tourenplanung, diese ganzen Stichwörter. Aber dann wäre es auch so, dass ich, Caterer aus Köln, könnte mich dort auch diesem Konzept anschließen, wenn Leute über Google sonst irgendwo aufmerksam werden, über Aveto, dann über die Webseite, beziehungsweise den Shop bestellen. 50674 Köln und dann kommen die auf den Caterer. Und der hätte dann nach eurem Konzept, hätte der das dann produziert, was in dem ganzen Shop ist und ausgeliefert. Und dann 80-20. Ja, das ist ein tolles Konzept. Wir fahren das in Frankfurt im Moment. Und wir wollen das Konzept. Also wir hatten da auch viele Sachen in der Pipeline. Es richtet sich wirklich an Profi-Gastronom. Denken, das funktioniert in allen deutschen Städten in etwa über 100.000 Personen. Das heißt, jeder Gastronom, der hier draußen zuhört und sagt, hey, ich brauche Grenzerlöse für meine Küche, zusätzliche Erträge, ohne dass ich eine neue Marke machen will, ohne dass ich Vertrieb machen will, ohne dass ich Erwärts machen will, sondern ich will nur kochen und liefern, ist herzlich eingeladen. Mehr zu erfahren über Video Plug und Play stellen wir sehr, sehr gerne vor. Und die Zielgruppe sind, das können Kantinen sein, das können Event-Gastronomen sein, es können Multigastronomen sein, es können einfach alle, die eine Profiküche haben, die sagen, hey, ich stelle da einen Computer hin und steige in diesen Markeling sicher ein, ohne dass ich davon null auf alles investieren muss, können da teilnehmen. Und auch, finde ich, dafür, dass dann ein Auftrag generiert wird, der unter Umständen gar nicht bei mir in Köln angekommen wäre, finde ich das finanziell fair gelöst. Wir haben da auch eine tolle Broschüre, schicke ich gerne zu, dir, Markus, und allen anderen, die es interessiert auch. Also ich glaube, wir hatten es ja auch gesagt vorhin ein bisschen, die Welt ist eine andere, also dieses gemeinsame Machen, ich glaube, wir sind alle unter Marschendruck, wir sind alle unter Ressourcendruck und jeder, der eine Küche hat, würde träumen, dass sie einfach Tag und Nacht läuft und nicht einfach nur vier oder fünf Stunden, weil man einen Frühstücksliefer-Service hat. Aber man kann dieses Konzept eben dann aufschalten und dann kann man die bestehende Infrastruktur einfach wirklich besser nutzen und man muss die Küche dann trotzdem nur einmal putzen. Man hat dann trotzdem nur einen Küchenchef, weil es ist dann einfach auch sehr, sehr einfach. Die Kosten werden dann verteilt und bei Lecker AI, da habe ich ja dann die Möglichkeit, wenn ich sage, ich möchte mein eigenes Ding machen, ich habe meine Rezepte und möchte halt selber dieses Tool nutzen mit meinem Konzept. Diese Möglichkeit gibt es jetzt, dass man das als Software-Assist Service bei euch bucht oder bestellt. Ja, das ist neu, da könnt ihr auf die Homepage gehen, leckerei.com, mit A-E-K-K geschrieben, aber sehr gut, freut mich sehr. Und da steht eigentlich sehr, sehr viel Wissenswertes, wie das funktioniert. Vielleicht der Hauptbenefit ist, man gewinnt einfach Zeit. Man gewinnt Zeit, das ist mega wichtig, weil diese Zeit kann man nutzen, um die am Gast zu verbringen oder mit Mitarbeitern. Stichwort Mitarbeiter halten, also sie nicht zu vernachlässigen. Man gewinnt wirklich viel Zeit. Man reduziert Stress. Also sehr, sehr viel Kopfstress ist weg, weil man sich so ein bisschen wirklich sehr, sehr strukturiert, Task by Task, durch diesen Küchenalltag, durch diesen Produktionsalltag geleiten lassen kann. Das ist ein großer Benefit, denke ich. Und das Zweite, was eine tolle Sache ist, wir bei A-Vito sehen das als wundervolle Sache, ist das Thema Inklusion, Thema Leute aus den Arbeitsmärkten, die vielleicht nicht so viel Wissen haben, die keine Fachkräfte sind, damit sehr, sehr schnell als helfende Hände nicht zu einem Fachkraft werden, aber mit der auf Augenhöhe arbeiten können. Also die, die wirklich schnell ins Doing kommen, weil man sich die Sachen halt von einem Tablet erklären lassen kann. Das ist bebildert, da hat es Rezepte. Das ist etwas anders, als ein Küchenchef sagt mir, mach mal schnell eine Tomatensuppe oder, also du weißt ja, wie das ist. Und das schreit dich keiner an. Vielleicht auch was. Aber heute schreien die Küchenchefs nicht mehr, habe ich gehört. Das ist auch postpandemisch. Weniger geworden, ja. Aber es gibt tatsächlich noch welche. Aber dann ist es ja, du hast gerade kurz Arbeitsmittel gesagt, das ist ja dann auch wichtig, dass ich meinen Mitarbeitern solche Arbeitsmittel, die dann Support sind, zur Verfügung stelle, damit die sich dann vielleicht auch für mich als Arbeitgeber entscheiden. Dass ich nicht alles irgendwie mit dem Zettel und Stift machen muss und es sehr, sehr stark umwegbehaftet ist, sondern dass ich halt coole Arbeitsmittel habe. So gewinne ich und halte ich ja auch Leute, wenn ich sowas aufbieten kann. Ja, und die Generation Z ist natürlich mit dem iPhone aufgewachsen. Also wischen, drücken, play, stop, das ist für die alles kein Problem. Und die lassen sich auch lieber in so einem Setting, wenn die an den Posten sind, vom Tablet durch den Tag leiten, grooven. Und das Schöne ist, sie können da dann auch einfach mit der Arbeit, weißt du, ihre Erfolge sichtbar machen. Digitalisierung ist ja immer so etwas, wo man so diesen alten, an den alten Küchenchef denkt, der davor Angst hat, weil er ganz viel nebenher macht und alles in seinem Kopf ist. Aber nein, es ist wirklich so, dass wir ja alle wissen, was die Küchenchefs leisten, was die alles machen. Und so sieht man wirklich auch, was die, wie erfolgreich machen. Ja, und sowas macht ja auch Kapazitäten frei dann, ne? Kopfstress ist ja wirklich ein Riesenproblem im Catering, in der Gastronomie allgemein, weil es wirklich so eine vernetzte Geschichte ist. Deswegen tut Leck Rye auch einen Küchenchef und Fachkräfte nicht ersetzen. Es ist wirklich eine Ergänzung, damit die mit weniger Kopfstress einfach gelingsicherer durch den Tag kommen und Schwerpunkte an anderen Stellen setzen können, wo sie wichtiger sind im Rahmen der Menschen-Menschen-Interaktion, dass sie eigentlich das machen können, wieso sie Köche geworden sind. Ja. Wenn ich mir das jetzt als Gastgeber, Gastgeberin vorstelle, dann ist es ja so, korrigiere mich, wenn ich da was Falsches sage, ich gehe auf eure Webseite, habe dann die Möglichkeit, wenn ich leckerer AI nutze, dort direkt drüber zu bestellen, mein Catering, mein Wunsch-Catering mit den Wunschprodukten, die ich mir gerne für mein Catering, für ein bestimmtes Datum aussuche. Dann klicke ich auf Bestellen und dann wird das ja direkt übertragen in die Produktionsplanung. Korrekt? Und wie geht es dann weiter? Ja. Aber da sind zwei Sachen noch vermengt. Du redest jetzt von Avito. Leckerei ist wirklich, das ist getrennt von Avito. Wir haben diese Software gewisse... Also wir nutzen Leckerei. Also Avito nutzt Leckerei, deswegen hängt es zusammen. Wir sind natürlich die, die auch Leckerei über diese 20 Jahre Erfahrung stecken, auch als Catering-Leckerei drin. Das ist nicht ein Startup von irgendwie jetzt zwei jungen Studenten, die gesagt haben, sie disrupten jetzt irgendwie mal die Küche oder zeigen den ganzen Köchen, wie es geht, sondern es ist 20 Jahre Erfahrung. Wir haben einfach gesagt, wenn wir jetzt diese Software weiterentwickeln wollen und anderen zur Verfügung stellen, ist es nicht gut, wenn es Avito ist. Weil wir sind als Avito ja auch im Wettbewerb mit anderen Firmen. Deswegen ist dieser Software-Teil jetzt wirklich eine getrennte eigene GmbH. Das ist diese Technik. Das, was du sagst mit dem Bestellen, mit der Digitalisierung halt rund um Avito, dass du in diesen wenigen Schritten bestellen kannst, dieses Angebot kriegst, das ist Avito. Das ist Avito Plug & Play mit dem Avito Plug & Play Partner. Und die nutzen halt, damit das funktioniert, wir bei Avito und die Partner-Leckerei. Wir bei Avito, würde ich mal sagen, sparen in der Küche in etwa 30 Prozent Produktionszeit zu herkömmlichen Geschichten. Und nur deswegen können wir halt niedrigen Mindestbestellwert fahren ab 50 Euro und zu flexibel agieren. Das können wir nicht, weil wir Heroes sind. Das können wir dank Digitalisierung. Aber das wäre ja auch eine Möglichkeit für den Gastgeber, Gastgeberin, der jetzt gerade zuhört oder zuschaut, dass er sagt, okay, ich habe grundsätzlich mein gesamtes Catering habe ich auch über einen Webshop. Dort kann man auch bestellen, dort kann man auch direkt bezahlen, wenn man möchte. Da kann ich ja die ganzen Produkte in meinem Catering reinpacken. kann dann fertig eine Bestellung aus diesem Einkauf rausziehen. Und das kann ich ja theoretisch, wenn ich dann Leckerei einnutze, darin übertragen. Dann hätte ich es genauso wie Avito. Ja, also man kann eigentlich in Leckerei, wenn man ein paar Rezepte eingibt, kann man die online verkaufbar machen. Und wenn man diese Module hat, auch lieferbar machen. Das ist eine Software-as-a-Service-Lösung. Wie gesagt, du musst die nicht kaufen. Du zahlst die monatlich. Und das Pricing hängt ab, wie viele Küchen du hast, wie viele Rezepte du gewissermaßen spielst und wie viele von diesen Modulen, also wie viel Funktionsumfang du nutzt. Und das ist also schon ein Ding, das sich eher an grössere Küchen richtet. Also ich würde mal sagen, in Küchen so ab acht Personen, wenn man so mal einfach mal irgendwie versucht, eine Schwelle zu machen, macht das dann richtig Sinn. Okay, aber ich sehe da das Anwendungsgebiet, also wirklich einmal natürlich beim Caterer an sich, aber auch bei Gastronomie, die halt sehr viele Caterings anbieten, weil ich finde dieses Logistiktool einen absoluten Mehrwert. Wenn ich an einem Abend irgendwie fünf, sechs, sieben verschiedene Sachen rausschicken muss, dann wird es dann ja auch schon mal schwierig, dann passiert unterwegs irgendwas, weil du hast ja dann da auch diesen Tracker mit bei, dass du siehst, wo sind die Leute, wann kommen die wieder, verzögert sich da was, also du hast ja da wie bei Lieferando quasi, siehst du genau, wo, was, wann, wie passiert. Vergiss die Abholung nicht, weißt du, wenn der Kunde anruft, hier steht noch ein Suppenkessel, ah ja, da war doch was, ja, das hat viele Helfer dabei, ja, für das ist das auch einsetzbar. Aber wir sind jetzt, also entstanden ist es wirklich aus diesem Catering-Kontext und es ist jetzt weiterentwickelt, da haben wir auch erste Kunden im systemgastronomischen Bereich, weißt du, wo für mehrere Ketten über Central Kitchen Preparation gemacht wird, es muss aber nicht Systemgastronomie sein, es kann auch ein Multigastronom sein, der einen Biergarten hat oder zwei Restaurants, der sagt, ich habe irgendwie einen Platz, wo ich halt vorbereitende Arbeiten mache, also irgendwelche Massensaucen, irgendwelche Preparation-Work und kann sich natürlich dann mittelfristig dann auch weiterentwickeln in den Restaurantbereich. Für den klassischen Restaurantbereich jetzt ist es, würde ich mal sagen, als Lösung überdimensioniert. Das ist ja auch was, was ganz wichtig ist. Ja, man muss ja auch nicht digitalisieren, der Digitalisierungswillen, oft ist es dann auch, muss man sagen, es ist mit Kanonen auf Spatzen geschossen, weil das Klemmbrett ist nicht schlecht. Das ist ein guter Spruch, ich denke, so werden wir die Podcast-Folge nennen. Das ist ja tatsächlich so, also digitalisieren des Digitalisierungswillen, das muss nicht immer unbedingt sein, wenn der Prozess vielleicht auch analog abbildbar ist und es nicht wehtut. Wenn ich jetzt Lecker AI nutze, vollumfänglich, du hattest gerade gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, dann spart man sich grundsätzlich so bis zu 30% Arbeitszeit ein, durch Lecker AI, wenn ich alles vollumfänglich nutze. Das hängt natürlich vom Setting ab, das ist jetzt bei der Avito der Fall, das hängt natürlich davon ab, wenn du jetzt irgendwie eine Supersterne-Gastronomie bist, wo du eh sechs Chefköste an jedem Posten hast, dann wahrscheinlich nicht. Aber wenn du so ein bisschen systemisch denkst und wenn du ein Setting hast, wo du wirklich auch sehr, sehr stark auf Hilfskräfte bauen kannst, dann ist das bei uns jetzt so der Fall. Kannst du sagen, was Lecker AI kostet, wenn ich das nutzen möchte, vollumfänglich? Ja, also wie gesagt, es hängt ab, wie viele Rezepte, es hängt ab, wie viele Küchen und es hängt ab, wie viele Module, aber du bist unter 1.000 Euro pro Monat dabei. Aber es ist jetzt nicht eine Software, die 19 Euro pro Monat kostet, aber unter 1.000 Euro. Aber man muss ja immer sehen, ich habe mal mit einem Kollegen auch über Lecker AI gesprochen und da kam so, ja nee, das ist mir zu teuer. Und dann habe ich gesagt, ja, hast du dir denn schon mal ausgerechnet, was da an Output rauskommt? Weißt du denn, was du alles einsparst? Ja, nee, habe ich nicht. Aber jeder hat ja irgendwie so eine Preisschwelle und da hat er einfach von seiner Preisschwelle ausgesagt, nee, ist mir zu teuer. Aber hat sich nie überlegt, was im Endeffekt an Ergebnis dabei rauskommt. Und das finde ich, muss man immer machen, wenn man einmal weiß, was Input ist, dann auch mal gucken, was ist Output und dann kann ich erst sagen, ist das Ergebnis stimmig oder nicht? Und wenn ich mir 30, lass es 20 oder 15 Prozent sein Arbeitszeit sparen kann in meiner Küche, dann rechnet sich das wohl dicke. Ja, aber das muss man auch wirklich, wir haben da auch viele White Papers gemacht für die verschiedenen Personen, die kann man auch gerne zuschicken und runterladen, wo man das so ein bisschen auftröselt, wo denn da die Einsparungen liegen? Die Einsparungen liegen insbesondere, du sparst Zeit und Zeit sind Arbeitskosten. A sind es Kosten und B sind es ja oft Menschen, die du gar nicht hast in der Qualifikation. Und da kann man sich ja schnell rechnen, wenn man dann irgendwie anstelle von vier Köchen, die es nicht gibt, vier Küchenhilfen hat und ein Suchchef und zwei Tablets und nicht drei Suchchefs, da kommen die Tausender klackern da nur so zusammen eigentlich. Aber man ist erst mal erschrocken. Also wir haben das auch, wo wir Software kaufen, sehr, sehr stark im Bereich der Catering-Beratung, im Bereich vom Marketing, da kommen auch riesen Beträge zusammen, aber am Schluss, wenn man dann sagt, okay, das kostet pro Person halt pro Tag zehn Euro, geht es dann wieder und wenn du es dann auf die Personalkosten und einen Speed ziehst, geht es dann wieder, das relativiert sich. Ja, also ich stelle das ja auch sehr häufig fest, weil ich werde dann beauftragt, kriege einen Auftrag und dann mache ich eine Empfehlung und dann, ja, wie viel kostet das denn, dann kostet das so und so viel. Und jeder hat irgendwie so eine Preissensibilität, wenn er jetzt hört, HCCP-Tool, Warenwirtschafts-Tool, Kassensystem und so weiter, gewisse Vorerfahrungen vielleicht auch, aber diese Preissensibilität oder dieses Preisbewusstsein, was solche Lösungen kosten, das verändert sich jetzt gerade, aber es geht sehr langsam. Ich spreche sehr, sehr viel drüber, aber es ist halt, es kommt schon relativ öfters, ich wollte häufig sagen, nein, nicht häufig, aber öfters vor, dass dann wirklich geschaut wird, Input, Output, Ergebnis und dass diese Preisschwelle, die man so im Kopf hat, damit wird langsam gebrochen. Absolut, also das fällt mir persönlich selber auch schwer, das fällt in der Gastronomie eh schwer, weil wir so fokussiert sind auf diese Warenkosten. Das ist eigentlich da, wo wir denken, das Game ist, aber das Game ist nicht nur bei den Warenkosten, das Game ist auch bei den Personalkosten. Bei Leckerei, das ist noch so ein Nebenfeatures, du tust die Tasks, also es ist ja so ein bisschen, auch mal so ein bisschen Buzzword zu nutzen, Nutzer hat mal gesagt, das ist für ihn der Thermomix für die Grossküche, weil es wie der Thermomix ist, wo irgendwie jemand, der sich nicht so richtig auskennt, wie ich mit dem Kochen eigentlich, halt gelingt, sich ein tolles Menü zaubern könnte, das, wenn er sich nicht an die Schritte halten würde, wirklich definitiv nicht machen könnte. Und beim Leckerei-Tablet tust du dich immer für die Tasks, also du beginnst diese Aufgaben, die du machst und beendest die Aufgaben. Das heißt, der Küchenchef oder der Eigentümer hat dann immer das Controlling, wie ist eigentlich der Stand der erledigten Aufgaben, welche sind in Verzug, welche sind noch nicht in Verzug. Du kannst Aufgaben aber dann auch nicht vorher starten gewissermaßen, wenn du die definierst, dass es noch nicht gemacht werden soll. Und der Vorteil von dem ist, es notiert die Zeit auf die Produkte. Und du kriegst erst mal, zum ersten Mal hast du nur mal wirklich produktbezogen Zeitdaten in Bezug, was kostet mich das Zeit, ein Wrap zu machen über die große Masse. Und dann merkst du plötzlich, hey, eigentlich, dass dieses Produkt mit einem geilen, niedrigen Wareneinsatz, das ein Top-Seller ist, ein Verlustbringer ist, weil einfach zu kompliziert ist zu machen. Und dann kannst du sagen, gut, dann machen wir es halt ohne Tomaten und ohne Gurke. Und schon wird es ein besseres Produkt. Und das ist auch eine ganz tolle Geschichte über dieses, das nennt sich ja neudeutsch, Data-Driven Decisions, also datenbezogene Entscheidefällen. Das verbessert das wahnsinnig, weil die Küche sonst irgendwie eine Blackbox ist, wo man sagt, alle sind eh schon da oder es waren jetzt insgesamt 32 Stunden. Aber ob die 32 Stunden für den Abwasch gebraucht wurden, für das komplizierte Sößchen oder was auch immer, das weiß eigentlich keiner so genau. Ja, das ist tatsächlich so. Und bei vielen muss man auch tatsächlich sagen, also umso größer der Betrieb wird, ist es dann tatsächlich so, die kennen sich dann, was in der Küche passiert, meistens nicht mehr so richtig aus. Also ist wahrscheinlich nicht bei allen so und viele gehen noch selber mit in die Küche oder stehen noch als Küchenchef mit in der Küche, klar, aber einige auch nicht mehr. Das heißt, wenn dann in der Küche erzählt wird, ja, ja, das ist so und so und so lange brauchen wir, dann ist das einfach so und ich kann es nicht kontrollieren. Vielleicht trauen sich auch manche gar nicht da rein, um dort sich keine Blöße geben zu lassen oder keine Ahnung. Aber so entwickelt man dann Benchmark. Also man hat dann die Zeit pro Web. Also einmal um zu bewerten, rentiert sich dieses Produkt, aber auch später um zu bewerten, habe ich dort jetzt einen Mitarbeiter, der relativ fit unterwegs ist, ist der super schnell, super langsam. Also jeder hat sein eigenes Tempo, kein Thema, aber man kann es trotzdem so ein bisschen messen und kann besser einteilen, brauche ich jetzt heute drei Personen, fünf Personen, zehn Personen, weil hinter jedem Produkt dann auch eine Zeit steckt. Ja, Leckerei sagt dir das sogar. Also wenn wir natürlich jetzt bei Avito Raps produzieren von Hamburg bis München, alles dieselben hat ja ganz viel Data und wenn du diesen Task dann als Mitarbeiter öffnest und sagst, jetzt musst du 20 Rep machen, sagt die Leckerei, du hast dafür 16 Minuten. Und die Menschen, die Hilfskräfte, die, die das machen, die Küchenhilfen, die Köche, die versuchen dann auch spielerisch Generation Z diese Zeit einzuhalten und sie zu schlagen. Das ist viel, viel besser, das Tablet sagt, für diesen Task hast du 16 Minuten, als der Küchenchef sagt 20 Minuten, dann sagst du, der spinnt unmöglich, weißt du? Wenn es dann noch in der Weiterentwicklung Generation Z Medaillen dafür gibt, Punkte, Sternchen. Ja, das ist auch nochmal eine schöne Motivation. Und wenn man die Zeit halt fair, das hört sich jetzt wahrscheinlich so an, oh ja, jetzt müssen wir hier Druck in der Küche und so weiter. Nee, man muss die Zeit natürlich schon fair, machbar gestalten, sodass es für alle irgendwie möglich ist. Ja, cool, Mensch, ich gucke auf die Uhr. Gleich ist Messezeit angesagt. Wir sind so langsam zum Ende, am Ende des Podcasts angekommen und des Live-Instagrams. Ja, lieber Alexander, also vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass ich dich hier besuchen durfte und danke, dass du mein Gast warst und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das war auch wieder ein toller Austausch, wo man tolle Impulse mitgenommen hat. Das ist ja für mich mega wertvoll, weil aus jeder Podcast-Folge nehme ich ja für mich immer wieder was Tolles mit. Das war heute auch wieder so. Vielen lieben Dank dafür. Und du bist mein Gast im Küchen-Elle-Podcast und mein Gast im Küchen-Elle-Podcast darf den Küchen-Elle-Podcast abschließen. Das heißt, ich verabschiede mich schon mal von euch allen. Habt eine schöne Zeit und wenn ihr in Hamburg seid, eine schöne Messe. Wenn ihr hier in Hamburg seid, dann ruft mich an, dann gehen wir einen Kaffee trinken. Und lieber Alexander, du hast das Wort, du hast das letzte Wort im Küchen-Elle-Podcast. Dankeschön. Ja, wir haben jetzt viel über Essen geredet. Also dir auch danke für die Einladung, Markus. Es hat wirklich viel, viel Spaß gemacht. Wir haben viel über Essen geredet und Digitalisierung. Ich werde vielleicht noch ein kleines Geheimnis lüften, ohne dich jetzt gefragt zu haben. Markus fasst seit fünf Tagen, ich seit sieben. Wir haben es, glaube ich, hoffentlich gut gemacht. Wir waren konzentriert. Und ja, als Schlusswort vielleicht, das ist so ein bisschen auch unser Motto bei Avitro. You never cook alone, angelehnt an das berühmte Lied. Also wenn sich da draußen Gastronomen, Profigastronomen für Avitro Plug & Play interessieren oder für Leckerei interessieren, sehr, sehr gerne auf mich zukommen. Auf Markus zukommen leitet es sicher auch gerne weiter an mich. Dass man einfach mal darüber diskutiert, wie es weitergehen kann. Und ich glaube, wir haben gute Zeiten vor uns in der Branche.